Es war einmal in Italien von Luca di Fulvio. Es liest Philipp Scheppmann. Die Geschichte sind wir. Wir sind Väter und Söhne. Und Menschen. Denn Geschichte wird von Menschen gemacht. Und wenn es darauf ankommt, dann sind sie hellwach und wissen genau, was zu tun ist. La storia siamo noi. Francesco de Gregori. Die Glühwürmchen sind wieder in Rom. Die Stadtparks duften nach Sommer schon. Deine wahre Natur, die Welt, bestraft nur die, die Flügel haben und das Fliegen nicht wagen. Bacciami Ancora. Giovanotti. Erster Teil. 5. März 1870. Königreich Italien. Olengo, Provinz Novara. Eine elendige Schar. Verwahrlost. Mager. Erbärmlich. Ausgemergelte, wachsfarbene Gesichter. Quaddeln an Wangen, Händen und Füßen, die von Herrscharen an Bettwanzen in ihren Lagern zeugten. Alle trugen das Gleiche. Eine verschlissene, mit unzähligen Flicken versehene Uniform. Wären sie nicht so jung, hätte man ihnen nicht mehr viel Zeit auf Erden vorausgesagt. Aber sie waren zwischen vier und siebzehn Jahre alt. Einhundert heruntergekommene, elendige Jungen. Aufgereiht am morastigen Hofrand des königlichen Waisenhauses Erzengel San Michele in Olengo. Schwach auf der Lunge und zitternd vor Kälte, Hunger und an diesem Tag auch Aufregung. Tief über ihnen lastete der Himmel drohend wie ein Fluch, von so dichtem Grau, dass man ihn hätte in Scheiben schneiden können. Ein Gewicht viel zu schwer, um es je wieder abstreifen zu können. Aber einer von ihnen würde heute das Große losziehen. Und deshalb murmelten sie alle eine endlose Litanei, bewegten die rissigen Lippen zu einem Wiegenlied ohne Hoffnung, einem Gebet ohne Glauben. Teilnahmslos, wie nur die sind, in deren Welt das Wort Glück keine Bedeutung hat, wandten sie sich flüsternd an einen Gott, der noch nie etwas für sie getan hatte. Mach, dass ich es bin, mach, dass ich es bin, mach, dass ich es bin, mach, dass ich der eine bin. Am Hofeingang, wo träge die Tricolore des frisch gegründeten Königreichs Italien im Wind flatterte, erschien eine vornehme Dame um die dreißig. Die Contessa Silvia di Bocamara. Diesen Namen kannten sie alle. Bei ihrem Anblick hielten die Jungen in ihrem Gebet kurz inne, um es dann noch inbrünstiger fortzusetzen. Mach, dass ich es bin. Hinter ihr tauchte ihr Mann auf, Ippolito Odin. Er war etwa vierzig Jahre alt und äußerst wohlhabend. Neben ihm lief unterwürfig der Direktor der Einrichtung, gefolgt von drei schwarz gekleideten, korpulenten Frauen. Eine von ihnen war die Frau des Direktors, die anderen beiden waren Vincentinerinnen aus der Basilica San Gaudencio in Novara, Schwestern der Genossenschaft, der Töchter der christlichen Liebe vom heiligen Vinzenz von Paul. Die Jungen versuchten einen Blick auf die heranschreitende Contessa zu erhaschen, worauf die unbarmherzigen Erzieher ihre Weidenpeitschen knallen ließen, um sie in Reih und Glied zu halten. Nur einer von ihnen reckte nicht den Hals, sondern blickte starr vor sich hin und fuhr in seiner Litanei fort, die Hände so fest zu Fäusten geballt, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Er zählte gut sechzehn Jahre, und sein Gebet war nicht wie das der anderen, denn er wandte sich nicht an Gott. In seinem Kopf sprach er direkt zur Contessa, denn sie war der einzige Gott an diesem Tag. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Die Contessa schritt an den aufgereihten Weisen vorbei, ohne auf ihre Seidenschuhe oder den Saum ihres Kleides zu achten. Sie sah jeden Einzelnen an, kurz und konzentriert. Dann ging sie zügig weiter, und die Zurückgelassenen waren aussortiert. Als sie nur noch wenige Schritte von ihm entfernt war, dachte der Junge noch flehendlicher. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Die Contessa sah den Jungen neben ihm an. Unmerklich schüttelte sie den Kopf und ging einen Schritt weiter. Kurz bevor sie ihn ansah, bereute der Junge inständig, sich nicht ordentlich gekämmt zu haben. Er hasste die widerspenstige blonde Strähne, die ihm immerzu ins Gesicht fiel. Er bereute sich nicht, das Gesicht gewaschen zu haben, aber auch an diesem Morgen war das Wasser eisig gewesen, und so klebte auf seiner linken Wange ein nunmehr getrockneter Schmutzfleck wie eine Kruste. Er schämte sich für die Jacke und die graue Hose, beide ausgebeult und verschlissen, zusammengenäht aus dem verfilzten Flanell einer Ladung alter Militärdecken. Vor allem aber wäre er gern weniger mager und hochgewachsen, denn deshalb hatte man ihn schon oft aussortiert. Nur Jungen, die stark genug für die harte Feldarbeit waren, wurden adoptiert. Es ging mehr um Arbeitskräfte als um Söhne. Dann richtete die Kontessa ihren Blick auf ihn. Ihre Augen waren von kräftigem Pfeilchenblau. Das mohfarbene Kleid hätte nicht besser dazu passen können. Die Zeit blieb stehen. Der Junge spürte, wie sein ganzer Körper unter der Spannung zu zittern begann. In seinem Inneren bebte es. Sollte er lächeln oder ernst schauen, steif oder entspannt stehen? Sollte er ihr zeigen, was er sehnlichst wünschte? Und gelang es ihm zumindest halbwegs, seine Panik zu verbergen? Nimm mich, dachte er. Den nehmen wir, sagte die Kontessa in diesem Moment. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Er reckte den mageren Brustkorb vor, stand nun kerzengerade, als steckte er in einem Schraubstock. Dann brach ein kurzes, heftiges Lachen aus ihm hervor. So kurz, dass es klang wie ein kräftiges Aufstoßen. Sein Herzschlag setzte wieder ein, aber so heftig und schnell wie bei einem wild gewordenen Tier. So übermächtig, dass seine Rippen ihn kaum zu halten vermochten. Niemand außer einem Waisenkind konnte sich wohl vorstellen, was es hieß, ein Leben lang eingesperrt zu sein. Und niemand, der nicht ein Leben lang eingesperrt gewesen war, allein, ohne Familie, konnte fühlen, was er jetzt fühlte. Heiße Tränen schossen ihm in die Augen, so plötzlich, dass es fast wehtat. Aber er kniff kurz und hart die Lieder zusammen und biss sich auf die Lippen, um sie zurückzuhalten. Er wollte schreien, losrennen oder lachen, war aber wie gelähmt von den drei Worten der Contessa. Denn was sie gerade gesagt hatte, wünschte er sich jeden Tag, von morgens bis abends, von ganzem Herzen. Er öffnete die Augen. Und die Contessa trat einen Schritt auf ihn zu. Er hielt ihrem Blick stand, denn er war ein mutiger und stolzer Junge. Aber eben noch kein Mann. Wieder setzte sein Herz einen Schlag aus und begann dann wild zu hämmern. Wieder spürte er die Tränen. Wieder hielt er sie zurück. Wieder musste er lachen, blieb jedoch regungslos stehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.